Paare bilden ja quasi eben so ein Team, die sind so ein Zweierteam, wir gegen den Rest der Welt, so, und auch so eine Verteidigungsbasis gegen den Rest der Welt. Und wenn auf einmal der dann was Verletzendes sagt, dann ist das natürlich für mich viel, viel schlimmer und geht eben an die Sicherheit, als wenn das jemand anders sagt. Ihr Lieben, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom Colibri Skincare Podcast. Mein Name ist Ram, ich bin Journalist und Host hier im Podcast und bin heute im Namen der Liebe unterwegs, wie ihr unschwer erkennen könnt, wenn ihr diesen Podcast im Video schaut. Es sitzt aber vor mir eine Frau, die das schon viel länger und viel besser macht als ich. Das ist Birgit Feest, ihr kennt sie vielleicht und hoffentlich von TikTok. Ich weiß von vielen Leuten, dass sie ganz viel Angst vor deinen Videos haben, weil sie dann so viel Konfrontation mit sich selber haben. Aber sie können auch nicht so richtig wegschauen und ich will mir heute die volle Dröhnung geben. Wir werden heute erfahren, wie man sich in einer Beziehung schön fühlen kann, wer dafür verantwortlich ist, dass ich mich in meiner Beziehung schön fühle. Und wir werden außerdem den heißen Tipp dafür bekommen, ab wann eine Beziehung wirklich eine Beziehung ist, in der man erkennen kann, welches Paarverhalten und welches Beziehungsmuster die andere Person hat. Vielen Dank, dass du da bist, Birgit. Ich freue mich auch total, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und ich freue mich total, dass du mir jetzt hier gegenüber sitzt. Immer wenn ich in einer Beziehung bin, habe ich das Gefühl, dass ich bezüglich meines Aussehens, meiner Stärken, meiner Schwächen, egal was es ist, immer noch so mal ein bisschen schwacher bin oder unsicherer bin, als es ist, wenn ich nicht mit jemandem irgendwie close bin. Woran liegt das? Das ist eine sehr gute Frage, weil jeder ist unterschiedlich. Ich weiß nicht, woran es bei dir liegt, aber es kann natürlich auch sein, dass am Anfang, das ist ja noch alles so ohne Commitment und das ist noch alles total locker. Und wenn es dann ein bisschen ernster wird, dann geht es ja um was. Und das kann sich dann auf quasi die ganze Person dann auch übertragen. Genau, weil ich denke mir immer so, wenn ich dann auf ein Date gehe und einen Pickel habe oder wenn ich dann mal auf der Arbeit irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht habe, dann betrifft mich das irgendwie in dieser Situation noch mehr, als wenn ich nicht gerade irgendwie jemanden date oder intimate bin. Woran liegt es, dass ich dann verwundbarer bin? Naja, also wenn du nur ganz alleine mit dir zu Hause bist und guckst gleich nur mal in den Spiegel und so, da bist du ja quasi deine einzige Ansprechperson. Aber wenn da jemand anders ist, der könnte dich ja bewerten. Und dieses Bewertetwerden, da haben wirklich ganz viele so ein kleines Problemchen mit und zwar wirklich total unabhängig vom Aussehen. Also was ich total spannend finde in der Praxis sind die, die am unsichersten sind, die Models, die wirklich richtig klasse aussehen. Das sind die, die auch wirklich am meisten Probleme mit ihrem Aussehen haben. Und ich frage mich halt, ist es meine Verantwortung, muss ich sicherer werden, wenn ich date oder hat die andere Person auch so eine gewisse Verantwortung dafür, dass ich mich schön fühle? Wer ist da verantwortlich für? Also wir haben ja schon immer Dynamiken in Beziehungen und auch in der Datingphase geht es ja immer um zwei Menschen. Aber ich würde tatsächlich auch nochmal unterscheiden zwischen Datingphase, also ich treffe jemanden das erste Mal, zweite Mal, dritte Mal oder in einer Beziehung. Das ist auch echt nochmal ein Unterschied. Ganz ehrlich, in der Datingphase, wenn ich immer das erste Mal treffe, zweite oder dritte, danach wird es ja dann langsam ein bisschen interessanter. Da würde ich auf mich selber achten, beziehungsweise ich würde einfach nur, lass mich das anders formulieren. Ich würde einfach nur gucken, dass ich Spaß habe und ich würde einfach nur gucken, ob ich mit dem anderen irgendwie kompatibel bin. Da gibt es noch überhaupt gar keine Verantwortlichkeiten, was das Aussehen betrifft oder sonst was. Da geht es echt darum, den anderen mal kurz abzuchecken. Geht es uns gut? Und da ist es gut, wenn ich mir im Spiegel gefalle. Ob dem anderen das gefällt, ist da noch eigentlich total egal. Und ich finde, es geht sowieso darum, wie ich mir im Spiegel gefalle. Das ist das Wichtigste. Wenn ich da auf so ein Date gehe, dann will ich ja, dass man mir Komplimente macht und dass mir jemand sagt, boah, das sieht gut aus oder das habe ich irgendwie heute schön angezogen. Und wenn das nicht kommt, dann bin ich ja nochmal verunsichert. Und das ist ja nur erstmal die Datingphase. Da ist ja auch schon so eine gewisse Erwartungshaltung. Aber ist das denn oft so, also wenn du so mal zurückblickst auf deine zahlreiche Datingerfahrung, dass du wirklich gleich auch am Anfang, Unterstellung, gleich am Anfang tatsächlich, erste, zweite Date, da wirklich so richtig verbale Komplimente denn auch kommen? Ich mache das. Ich mache das. Ach, du machst das dann? Ich mache das schon. Es ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein Angeln, vielleicht Fishing for Kompliments. Aber ich, früher habe ich das nicht gemacht, aber jetzt denke ich mir so, wenn mir doch etwas Schönes auffällt bei jemandem, dann sage ich das. Und versuche auch, glaube ich, so ein bisschen das Eis zu brechen damit. Manchmal habe ich das Gefühl, das Eis wird davon nur noch härter, weil die Person das Gefühl hat, das ist mir zu nah. Aber gleichzeitig ist es mir wichtig, dass die andere Person das Gefühl hat, ich mache hier etwas, was irgendwie gut für uns beide sein soll und wir wollen Spaß haben. Und dazu zählen halt irgendwie Komplimente, oder? Das ist doch ein gutes Gefühl. Das ist total süß und ich glaube, es ist eher außergewöhnlich. Also ich kann mich echt nicht daran erinnern, das ist auch schon eine Weile her, aber bei den ersten Dates irgendwie wirklich Komplimente bekommen zu haben, ehrlich gesagt. Also schön, aber ich glaube tatsächlich, dass das meistens gar nicht so ist und deswegen, dass die Leute ein bisschen verunsichert. Was will der denn jetzt von mir? Richtig und ich wundere mich halt jedes Mal, wenn ich keine Komplimente bekomme, so bin ich so hässlich, dass du das nicht sagst. Ja, aber da brauchst du dann wirklich die Bestätigung von anderen, aber du brauchst sie vielleicht auch, weil du dieselbe auch bereit bist zu geben. Also man muss mal sagen, hier in Deutschland sind wir auch keine Lobkultur oder Komplimentkultur. Komplimentkultur, das gehört einfach oftmals irgendwie gar nicht so dazu. Also auch so Worte als Liebessprache oder Worte als Zeichen von Anerkennung, da sind wir nicht so weit vorne dabei, muss ich mal sagen. Und dabei ist es total schade, weil eigentlich ist es total schön, sich das auch mal gegenseitig zu sagen. Und es ist auch total schön, sich quasi auch so zu geben oder sich auch schön anzuziehen, damit es der andere überhaupt machen kann. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Zeichen von Respekt. Also zum Beispiel auch in der Dating-Phrase, wenn ich das total abgeranzt hingehe, dann finde ich das auch irgendwie, ich persönlich so ein kleines Zeichen von Disrespect dem anderen, oder? Dem anderen gegenüber. Also das würde ich nicht so zu schätzen wissen. Also ich finde das schon wichtig. Eben. Weil damit zeigst du ja, ich habe das für dich gemacht. Also es ist mir nicht egal, wie ich hier auftrete. Und deswegen finde ich das schon mit den Komplimenten schön. Es hat mich nur gerade tatsächlich so einen kurzen Moment, hm, Komplimente, kenne ich das eigentlich persönlich? Nee, aber schön, dass du das sagst, weil eigentlich ist das eine sehr schöne Sache. Ja, genau. Und bei mir ist es auch so eine Sache von Respekt, wie du das gerade auch sagtest, weil wenn ich das Gefühl habe, jemand hat sich für mich irgendwie schön gemacht, jemand hat sich ins Zeug gelegt, jemand pflegt sich und irgendwie pflegt sich vielleicht auch so fünf bis zehn Prozent mehr in dem Moment, um mir irgendwie zu gefallen, finde ich, ist es ein Kompliment wert, weil ich das als Kompliment an mich wahrnehme, sozusagen. Es kann aber auch sein, dass ich das als so einen großen Wert empfinde, weil ich erstens irgendwie in der Beauty-Industry arbeite oder auch im Showgeschäft und da ist so Aussehen irgendwie schon ein Faktor. Und ich glaube auch nicht daran, dass Menschen irgendwie per se hässlich sind. Ich finde, es gibt keine hässlichen Menschen, sondern Leute, die nicht irgendwie noch so ein bisschen sich suchen da vielleicht oder irgendwie vielleicht auch keine Lust haben darauf. Total. Und dann ist es ja auch irgendwie schön, wenn sie keine Lust haben darauf. Ja, jeder wie er will, aber das denke ich wirklich tatsächlich bei manchen, die irgendwie auf den ersten Blick erst mal nicht so schön erschreien, da denke ich auch, wenn das und das und das ein bisschen anders wären, dann wären sie auch optisch quasi wirklich schöner. Ich glaube auch, dass es keine hässlichen gibt. Auf der anderen Seite aber, wie du schon sagst, Menschen sind da unterschiedlich und es ist auch total okay, wenn die das nicht wollen. Weil im Endeffekt kommt die Schönheit tatsächlich ja dann für die dann auch von innen. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ja, also es sind echt die Models, die die größten Komplexe haben, weil die nämlich nur durch die äußere Schönheit definiert werden. Und wenn die da mal irgendwie ein Kilo zu viel auf den Hüften haben, was für Normalsterbliche immer noch mega dünn wäre, dann kriegen die da vollen Anschiss und fühlen sich gleich total fett und hässlich, während das für den Otto-Normalverbraucher immer noch wirklich grandios schön wäre. Also das kommt so auf den Kontext an. Ich habe das Gefühl, wenn man Komplimente bekommt dafür, dass man vor allem schön aussieht, das ist ja auch irgendwo eine Währung beim Daten, steigert das ja das Selbstbewusstsein. Und ich würde von mir zum Beispiel nicht behaupten, dass ich nicht so wirklich selbstbewusst bin. Ich meine, ich sitze heute hier, ich habe irgendwie schon den ein oder anderen Job gemacht, in dem es auch irgendwie darum geht, schön zu sein. Aber sobald es irgendwie in eine Dating-Situation kommt, ist mein Selbstbewusstsein weg. Ist es mein Problem oder ist es das Problem der anderen Person, dass sie mir nicht oft genug sagt, dass ich schön bin? Ja, aber das ist dein Problem tatsächlich und nicht das vom anderen, weil wenn du wirklich so die Validierung von außen brauchst, dann ist es tatsächlich eher dein Thema und nicht das der anderen. Weil du kannst dich fragen, warum brauchst du das denn von denen? Du weißt doch, dass du schön bist. Wenn du in den Spiegel guckst, dann fühlst du dich doch gut und brauchst du das nicht unbedingt vom anderen zu hören. Es ist schön, das zu hören. Aber es ist ja tatsächlich so, dass viele vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, da Komplimente zu geben, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, das zu tun. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht schön aussiehst. Das heißt einfach nur, dass diejenigen vielleicht verbal nicht so trainiert sind, Komplimente zu geben. Aber es kann total sein, dass sie dich trotzdem mega schön finden. Aber was ist denn mit so einer Situation, in der ich mir denke, okay, hier brauche ich irgendwie Unterstützung. Das muss jetzt nicht unbedingt Aussehen sein oder was anderes, was mich verunsichert vielleicht. Und ist es dann auch wirklich nur bei mir oder sollte der, die Partnerin, vielleicht da auch irgendwie für arbeiten, dass ich mich besser fühle? Wenn du schon ein Paar bist, dann hast du ja quasi Paarprobleme. Und Paarprobleme heißt ja, dass das irgendwie schon nicht die Psychodynamik unbedingt ist, sondern die Paardynamik. Und da muss man gucken, was genau ist das Problem? Ist es ein Problem der Paardynamik oder ist es ein Problem von dir selbst? Also es gibt auch tatsächlich so Lernfelder innerhalb einer Beziehung, die eigentlich eher dein Thema sind. Und es gibt Lernfelder innerhalb der Beziehung, die ein Dynamikthema darstellen. Und da muss man dann mal gucken, was von beiden ist es dann. Aber gut, es ist trotzdem immer, also auch wenn ich ein Problem habe mit mir, dass der andere auch durchaus unterstützend dabei sein kann. Das ist schon so. Was wäre denn eine Möglichkeit, seine eigene Unsicherheit anzusprechen? Wie könnte dein Partner oder deine Partnerin dich dabei unterstützen? Es ist immer total schön, sich verletzbar zeigen zu dürfen. Also wirklich zu sagen, wie fühle ich mich? Und womit habe ich ein Problem? So, und dann, wenn du den falschen in Häkchen Partner hast, dann wird er dich dadurch auch verletzen. Wenn du dich verletzbar machst, hast du den richtigen Partner, dann ist er emotional verfügbar und ist gewillt, dir zuzuhören. Und das ist toll. Du darfst dann sagen, was dein Problem ist oder deine Unsicherheiten sind. Und der andere macht dich nicht nieder dafür, sondern hört sich das an und guckt auch, wie er dich dabei unterstützen kann. Und das ist so mega, mega, mega toll. Und so sollte es in einer Beziehung auch tatsächlich sein. Kennst du das so oder kennst du das auch andersrum, dass du dich dann wirklich mal echt offen gezeigt hast und hast auch noch einen auf den Deckel gekriegt dafür? Openly speaking, ich kenne das aus meiner Vergangenheit so, dass das nicht so war. Und zum Beispiel auch irgendwie aus familiären Hintergründen. Also wir sind ja irgendwie alle unterschiedlich emotional reif, würde ich jetzt mal so behaupten. Und da war es immer so, dass wenn ich irgendwie eine Unsicherheit angesprochen habe, dass das ganz schnell wegrationalisiert wurde. Und habe dann auch dann selber angefangen, meine Unsicherheiten schnell wegrationalisieren. Auch wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und dann unsicher darüber bin, ob ich schön bin oder nicht, dann denke ich eher darum, naja, ich habe ja irgendwie schon, es war mit meinem Aussehen irgendwo hingebracht oder mache eine Kampagne, weißt du, was ich meine? Und dann rationalisiere ich das und gucke irgendwie auf meine Rechnung, die ich geschrieben habe, aus meinem Aussehen heraus. Und dann rationalisiere ich das. Aber sobald ich irgendwie merke, es wird eine gewisse Nähe aufgebaut, dann bin ich selber eher unsicher, über diese Unsicherheit zu sprechen, als dass mir das vom Gegenüber verübelt wird. Das ist ja auch mega schwer. Und das ist ja auch nichts, was wir zu Hause meist gelernt haben. Also die wenigsten, da haben das zu Hause mit den Eltern irgendwie trainieren können. Und das ist wirklich das, was die Eltern den Kindern am meisten mitgeben können eigentlich, dass sie sich total verletzlich zeigen dürfen und dass sie über Konflikte reden können und die handeln können und so. Die meisten lernen das zu Hause einfach nicht. Und deswegen haben sie als Erwachsene auch Schwierigkeiten damit. Aber ich sage dir, das ist so schön, in einer Beziehung wirklich authentisch sein zu dürfen, also wirklich über die Unsicherheiten sprechen zu können. Das ist so ein Unterschied zu den Beziehungen, wo man das nicht machen kann, wo man sich dann bei Kleinigkeiten wirklich so klein mit Hut fühlt. Das ist furchtbar. Da muss man dann auch sagen, das ist dann wirklich nicht der passende Partner, wenn man das nicht darf. Ja, das ist schrecklich. Weil, ja, wenn ich das überhaupt nicht machen darf und bei allen Unsicherheiten mich ganz schrecklich und ganz klein fühle, dann ist das tatsächlich auch eine Dynamikfrage. Weil mit einem passenden Partner, der eben nicht toxisch ist zum Beispiel, fühlst du dich so nicht. Da fühlst du dich wirklich sicherer. Und da fällt es immer noch schwer, wirklich die Hosen runterzulassen. Ja, ich sage jetzt nicht, dass es damit total leicht wird, verletzbar zu sein oder verletzlich zu sein und sich wirklich zu offenbaren und zu sagen, wie geht es mir und wie geht es mir mit dir. Das ist trotzdem schwer. Aber du kriegst dann keine Breitseite zurück, wenn du es dann mal machst. Und das ist ein so tolles Thema. Also du kannst du selbst sein. Und wenn du du selbst sein kannst, dann fühlst du dich automatisch auch schöner. Und dann fühlst du dich auch schöner, wenn du dann mal ungeschminkt durch die Gegend läufst und vielleicht nicht aussiehst wie der Gott in Frankreich. Fühlt sich trotzdem gut und fühlt sich trotzdem schön. Ohne, dass der andere dir das auch unbedingt dauernd sagen muss. Du spürst das dann. Und das ist einfach toll. Wie kommt man denn dazu, dass man das spürt? Ich glaube tatsächlich, das Geheimnis ist, wenn du du selbst sein darfst in einer Beziehung. Und dafür musst du aber erst mal einen Partner haben, bei dem du das Gefühl hast, du darfst du selbst sein. Und da kann man natürlich sagen, da gibt es jetzt kein Rezept für. Das heißt einfach nur, wenn man zum Beispiel dazu neigt, toxische Partner anzuziehen, Narzissen, Borderliner und Ähnliches, da wirst du niemals du selbst sein können. Niemals. Sondern da wirst du dann immer abgewertet werden. Du wirst benutzt, um die zu erhöhen. Und damit darfst du aber nicht du selbst sein. Und dann fühlst du dich wirklich immer klein in der Beziehung. Und das ist deswegen auch schon ein guter Faktor. Wenn du dich immer klein in der Beziehung fühlst, solltest du mal die Beziehung überdenken. Und nicht dieses Gaslighting. Und nicht denken, oh, ich bin aber völlig inkompetent, hässlich und doof. Weil das ist meistens nicht der Fall. Sondern das ist einfach das Gefühl, was du vom anderen bekommst. Und allein wenn du vom anderen so ein Gefühl bekommst, dann ist da irgendein Thema zugange. Da musst du näher hingucken. Da solltest du näher hingucken. Was sind denn so konkrete Red Flags, wo du sagst, okay, diese Beziehung wird dich ganz klein machen? Also Abwertung auf jeden Fall. Wenn der andere dich abwertet, wenn da ständig irgendwelche komischen Explosionen stattfinden und du dann sozusagen so was gesagt bekommst wie, was stimmt mit dir nicht? Oder nee, da bist du ja schuld dran und nicht ich. Das sind totale Red Flags. Also wenn du dich tatsächlich klein betrugst und immer schuldig fühlst, weil der andere dir das sagt, das ist ein mega, mega Red Flag. Und übrigens ist so ein Red Flag aber auch, und deswegen ist das interessant, dass du gesagt hast, du möchtest Komplimente bekommen und das hören. Das ist oftmals ein Red Flag. Ja, wenn jemand am Anfang Love Bombing betreibt, das heißt, er kennt dich eigentlich noch gar nicht so richtig, aber haut dich mit Komplimenten zu. Das ist doch nicht wirklich ein tiefes Interesse. Das sind oberflächliche Komplimente. Das ist doch nicht wirklich Interesse an dir. Das ist Love Bombing. Du wirst da richtig zu und dass du dann da so, oh ja, will ich. Und hinterher, wenn er dich dann am Haken hat, dann gute Nacht. Und deswegen Achtung, 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 weil zu viele Komplimente am Anfang, die auch nicht wirklich authentisch sind, sondern die extrem oberflächlich sind, das ist gar nicht gut, das ist ein Red Flag. Also nur um das für mich zu disclaim, ich mache keine Komplimente dieser Art. Meine Komplimente sind sehr authentisch, meiner Meinung nach, aber ich mache auch nicht zu viele, weil ich ja auch gemerkt habe, aber das verunsichert Leute. Und das liegt auch irgendwie an der Kultur, weil wir das nicht so gewohnt sind. Aber was ich immer so sage, ist so irgendwie, keine Ahnung, ein Kompliment eingangs. Und dann reicht es, glaube ich, auch, nur um die Stimmung zu lockern. Ich glaube, das ist eher so was. Ich meine da auch eher tatsächlich umgekehrt, weil du gesagt hast, du möchtest auch, dass dir jemand Komplimente macht. Da muss ich sagen, pass mal auf, nicht zu viele. Gleichzeitig ist es total interessant, dass du das sagst, weil wenn mir jemand dann zu viele Komplimente macht oder einen mehr, als was ich erwartet habe, bin ich auch total verunsichert und denke mir so, oh, hier muss ich aber ganz schnell raus. Ja, 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 ja. Weil die wollen dann ganz schnell einen Haken haben. Aber wenn du am Haken bist, dann sieht es wieder ganz anders aus. Da kommen dann die Abwertungen. Das ist wirklich gefährlich. Aber das ist natürlich, ich meine, das Ding ist, es fühlt sich natürlich dann trotzdem, so sagen wir mal, in den ersten drei Monaten, es fühlt sich natürlich trotzdem toll an, wie der King oder die Queen bewundert zu werden und ganz viele Komplimente zu hören. Das kann sich auch wirklich toll anfühlen. Aber Achtung, Achtung, Achtung. Das kann echt Lovebombing sein. Und das ist total oberflächlich. Das ist kein ernsthaftes Interesse an dir. Kannst du kurz erklären, was Lovebombing bedeutet? Also Lovebombing bedeutet tatsächlich, dass viele Narzissten oder auch Menschen mit vermeidendem Bindungsstil am Anfang dich wirklich überschütten mit Äußerungen, mit Komplimenten. Du fühlst dich quasi wirklich so Soulmate-Vibes. King, Queen vom Pfizer. Und dann denkst du so, mhm, so. Und dann kannst du aber, die machen das quasi tatsächlich am Anfang, um dich echt so ganz schnell an den Haken zu kriegen. Und dann bist du da und wenn du dann da bist, so, so, hier bin ich, oh, toll, und sofort heiraten, finde ich super, dann brauchen sie das nicht mehr. Und dann quasi lassen sie das. Und dann kannst du auch echt mit den, tatsächlich mit Abwertungen anfangen, so langsam, und mit Schulzuweisungen und sonst was, wo alle denken so, bin ich hier im falschen Film? Ich will das wieder so haben, wie in den ersten drei Monaten. Also, ich meine, ich kenne das auch. Das ist wirklich so, dass du hinterher denkst, auch nach einem Jahr oder so, so, oh Gott, die ersten drei Monate, das war so toll. Und dann muss ich sagen, nein, die war nicht authentisch, das war Love-Bombing, das war nicht echt. Und wenn das jemand so extrem betreibt am Anfang, aber eben, also, ja, aber es kann auch trotzdem schön sein, mit Komplimenten und so. Und da, da sage ich dann immer, der Unterschied ist, diese Komplimente sind authentisch. Das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, so gibt es dann authentische Komplimente, die wirklich ernst gemeint sind. Das ist was anderes. Aber wenn jemand wirklich so die Komplimente, wie so eine Milchkanne über dich ausschüttet, ja, wo du denkst, das hat eigentlich mit mir gar nichts zu tun, sondern einfach mal so, so pauschal aussagen, ohne dass jemand dich wirklich richtig kennenlernen will, das ist dann Love-Bombing. Und da muss man wirklich aufpassen, weil es kann sich ja trotzdem toll anfühlen, aber es ist nicht echt. Das ist nicht echt. Und das Ende ist meist dicke. Wir haben aber gerade darüber gesprochen, dass es bestimmte Red Flags gibt. Nun mal sind ja nicht immer alle Menschen sofort in Red Flags einzuteilen. Es kann, also was ich auch, wo ich auch die Gefahr sehe, dass Menschen sich gar nicht so auf andere Leute einlassen, weil die denken, boah, das ist ein Ick, das ist eine Red Flag und dann wird sofort abgeblockt. Das finde ich immer ganz schade. Und die Frage ist, wie kann ich denn zum Beispiel auf der anderen Seite, wenn jemand unsicher ist, diese Unsicherheit auf eine authentische Art und Weise halten, ohne zu wirken wie ein Red Flag? Du kannst nachfragen, du kannst dich wirklich interessieren für denjenigen und du kannst auch zuhören. Dann bist du ein Green Flag, wenn du wirklich interessiert bist an jemanden und eben nicht nur oberflächlich, sondern wirklich wissen möchtest. Also auch wenn du Unsicherheiten bemerkst, ich würde jetzt nicht sofort, oh, du bist ja so unsicher, woher kommt das? Das würde ich jetzt auch nicht machen. Aber ich kann ja den anderen beobachten. Ich kann ja wirklich genauer hingucken. Und wenn ich merke, da sind, auf einmal erscheint der andere total unsicher, dann kann ich vielleicht auch einen Gang zurücknehmen. Also es geht wirklich darum, beim anderen auch zu sein und da wirklich mal hinzugucken. Also nicht drauf zu achten, oh, wie muss ich mich jetzt geben? Muss ich jetzt irgendwas vorspielen? Oder muss ich etwas sein? Aber es ist tatsächlich beim anderen zu sein und einfach wirklich aktiv zuzuhören, was hat denn der zu erzählen und interessiert zu sein. Weil im Endeffekt ist ja sowieso, ich meine, es dauert ja ein bisschen länger als ein Date, um rauszufinden, ob du denjenigen auch nie erkennen lernen willst. Also musst du da auch schon hinhören. Aber du hast auch recht mit den Red Flags. Jeder ist unterschiedlich. Und es ist auch nicht jeder Narzisst. Mancher ist einfach nur ein Arschloch, kommt auch vor. Und mancher hat vielleicht auch sozusagen Red Flags aus Unsicherheit am Anfang. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die reden einfach wie ein Wasserfall aus Unsicherheit und sind auch sehr bei sich aus Unsicherheit, weil sie gar nicht wissen, wie sie beim anderen sein können. Und das ist ja nicht unbedingt ein Red Flag. Und mich fragen tatsächlich ganz viele, oh, wie kann ich denn beim ersten Date erkennen, dass der andere ein Narzisst oder ein ähnlicher Idiot ist und kann dann sofort weglaufen. Dann sage ich immer, ich fürchte, da musst du dir schon ein bisschen länger Zeit geben. Also erstens ist es auch so, dass viele ihr wahres Gesicht auch ein bisschen länger verstecken können. Und das muss noch nicht mal Absicht sein unbedingt, weil am Anfang will man sich ja auch von der besten Seite zeigen. Also in den ersten paar Monaten ist man anders als danach. Das ist halt so. Und es muss nicht unbedingt immer eine Red Flag sein. Das kann auch wirklich extreme Anstrengung sein. Also sage ich immer, also es macht schon Sinn, sich vielleicht ein bisschen länger Zeit zu geben. Das ist eine Commitment-Frage. Es ist eine Commitment-Frage, aber ein bisschen länger Zeit zu geben. Dann aber, wenn man, ganz ehrlich, niemand versteckt sein wahres Gesicht viel länger als drei Monate oder vielleicht ein bisschen länger, aber nach einem halben Jahr, allerspätestens, bist du eigentlich im Bilde. Also wenn jemand sagt, oh nein, erst nach drei Jahren und so, da sage ich immer, das glaube ich nicht. Du hast einfach nicht richtig hingeguckt oder du wusstest nicht, worauf du achten solltest. Manche sind dann einfach auch schon so am Haken, dass sie es zwar sehen, aber nicht wahrhaben wollen, weil das ja am Anfang so toll war mit dem Lovebombing und wenn du am Haken hängst und du fühlst dich so, und dann kommen auf einmal so Abwertungen oder so am Anfang so, ach, das war ein Ausrutscher. Ach, der meint es doch gar nicht so. Und dann muss man sagen, guck da wirklich genau hin. Man relativiert das ganz schnell am Anfang. Ja, deswegen, der Anfang ist nicht real, aber Seige will später, dann auch nein sagen zu können, wenn du merkst, dass es echt toxisch wird. Aber mach das noch nicht nach einem dritten Date unbedingt, aber es sei denn, es sind so richtig krasse Red Flags. Also wenn da schon, also es gibt schon ein paar Sachen. Wenn jemand zum Beispiel drei Dates lang von den Echsen erzählt, die natürlich an allem schuld sind, würde ich sagen, da sind die Red Flags aber mal so rot, dass man tatsächlich so mal langsam die Wiege machen könnte, auch schon nach drei Dates. Aber ansonsten ist es oftmals so, dass man sich schon ein bisschen Zeit geben kann. Wir hatten ja auch vorhin inoffiziell darüber gesprochen, dass man eine gewisse Selbstreflexion haben muss. Also ich zum Beispiel weiß von mir, welche Red Flags mich anziehen. Ja. Und sobald ich merke, das passt ins Muster. Bist du begeistert? Ja, genau. Ja, ja. Das stimmt tatsächlich, weil wenn ich mit jemandem im Restaurant sitze, das erste Mal, und ich würde ihn am liebsten sofort unterm Tisch vernaschen, sofort nach zehn Minuten, dann ist das Mustererkennung. Und wenn ich ein gutes Muster habe, dann ist ja super, aber wenn ich weiß, dass ich ein toxisches Muster habe, dann sollte ich sofort aufstehen und wegrennen, also im übertragenen Sinne. Das wäre vielleicht, das jetzt wirklich zu tun, wäre vielleicht ein bisschen unhöflich, aber da sollten meine wirklich Antennen bis zur Decke ausgefahren sein. Und ich würde ich genau hingucken. Mustererkennung heißt, meine Schmetterlinge, die fliegen bis sonst wohin. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn das schon Flugsaurier nach zehn Minuten sind. Ganz ehrlich, dann ist das echt ein Red Flag. Und zwar meins, da kann der andere gar nichts dafür. Aber ich habe in dem Moment wirklich Mustererkennung betrieben. Oh, super, toxischer Typ nehme ich. Und viele, die toxische Typen gewohnt sind, die erzählen mir dann, ja, und ich hatte dann auch ein Date mit einem, der war so nett und der war dann halt so langweilig. Und ich so, ja, nimm den, nimm den. Oder da sage ich dann, da musst du manchmal auch ein bisschen aushalten, bleib einem. Also wenn du jetzt jemanden überhaupt nicht anziehen findest und wirklich sterbenslangweilig, gut, das ist vielleicht auch nicht der Richtige, aber wenn du jemanden zumindest so 60 Prozent anziehen findest, die Chemie da passt, dann bleib mal echt ein bisschen am Ball. Würdest du sagen, es gibt dieses Gefühl, Schmetterlinge im Bauch gar nicht? Ja, genau, genau. Schmetterlinge im Bauch sind wirklich gefährlich. Also sagen wir mal so, Schmetterlinge sind okay, aber Flugsaurier halt nicht. Das ist das, was ich vorhin dann tatsächlich meinte. Und die Schmetterlinge dürfen aber auch dann tatsächlich sich langsam aufbauen und die müssen eben noch nicht beim ersten Date so richtig megadoll da sein. Also ich sage nicht, dass man gar keine Schmetterlinge haben darf, sondern nur irgendwie ein langweiliges Gefühl im Bauch. Aber wenn du halt sofort so ein Megaschmetterlingsgefühl hast, dann ist das angstvolle Mustererkennung. Das ist tatsächlich nicht gut. Und das bedeutet auch, dass du währenddessen, du bist dann so, auch so zwischen den Dates, du bist so total aufgeregt. So richtig mega aufgeregt und kannst an nichts anderes mehr denken und du läufst wirklich wie so ein aufgeschrecktes Huhn durch die Gegend und sagen, das ist eigentlich gar nicht so gut. Weil was du willst, ist wirklich dieses Gefühl von ach schön, ach sicher, toll. Und da sind auch Schmetterlinge, aber die sind einfach viel kleiner. Aber das ist ein viel, viel schöneres Gefühl. Ich will noch mal auf die Paarbeziehung zurückkommen. Love Handles zum Beispiel. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Hüftjolt und das gefällt mir nicht und ich stehe vor dem Spiegel und spreche das an und irgendwie sagt jemand, den ich date oder mit dem ich in einer Beziehung bin, sagt mir so, das sehe ich nicht oder das ist doch nicht schlimm. Ich finde dich schön damit und ich finde das immer so unauthentisch und ich sehe das auch oft bei anderen Paaren, wenn ich sie sehe und dann frage ich mich immer so, das ist doch irgendwie nicht das Richtige, was diese Person hören will. Idealerweise könnte man vielleicht sagen, also mich stört es nicht so, aber ich unterstütze dich gerne dabei, wenn du das weg haben möchtest. Das wäre vielleicht ganz schön, weil dann hättest du trotzdem so eine Validierung, so auch für mich ist es kein ausschlaggebendes Argument, aber wenn es für dich störend ist, dann finde ich das okay, wenn du jetzt eine Diät machen möchtest und ich unterstütze dich dabei. Das kann natürlich auch. Aber auch das kann er wieder falsch, wie, ich soll eine Diät machen oder was? Also da muss man auch vorsichtig sein, sowas zu sagen. Insofern kann es sein, dass du halt da immer ins Fettnäpfchen trittst, je nachdem, wie der andere es gerade auffasst. Weil das ist immer so, was dich betrifft, betrifft dich. Und wenn du da mit irgendwas ein Thema hast, dann wird das für dich einfach ein Trigger sein und hast du nicht so ein Thema und dann triggert es dich vielleicht nicht so. Ja, also es ist die Frage, wie man halt mit sowas umgeht dann, weil ich finde es irgendwie schwierig, wenn jemand das Problem irgendwie verschweigt, das ich irgendwie mit mir selber habe und sagt, das sehe ich nicht, das gibt es nicht oder so, weil ich finde, das ist dann nicht weg und irgendwie will ich eine, ich persönlich, ich kann da jetzt nicht für alle sprechen, ich persönlich will eine andere Form der Unterstützung erfahren, weiß ich nicht. Lass uns doch, ist es eine Hautproblematik, dann lass uns irgendwie gucken, was wir da machen können oder so. Und es muss nicht immer produktiv sein, aber ich will schon gehört werden. Und die Frage ist, wie kann man jemanden hören oder seine Unterstützung zeigen, ohne Bevormundin zu werden? Also das ist ja sowieso alles so wahnsinnig individuell. Und das Gute ist, und das ist das Wichtige in der Beziehung, dass ihr so eure eigenen Absprachen trefft. Also wenn du eine bestimmte Art und Weise der Unterstützung haben möchtest, dann musst du das deinem Partner mitteilen, weil sonst kann er das nicht wissen. Und das ist das Wichtige in der Beziehung. Ganz ehrlich, drei Viertel der menschlichen Kommunikation ist ein grünes Missverständnis. Und das stimmt auch bei Paaren, die 30 Jahre zusammen sind. Die haben aber schon ganz viel davon auch hinter sich an Missverständnissen. Wenn ich etwas als unterstützend empfinde und sage es dem anderen, mache ich das ja mit einer positiven Absicht. Und es kann sein, dass der andere das aber so eben nicht wahrnimmt. So, es ist aber trotzdem eine positive Absicht dahinter. Aber da muss man darüber sprechen und die Situation reparieren. Weil in dem Moment ist die Atmosphäre ja hinüber. Die ist so, ich nehme das dann persönlich und wie auch immer. Nein, man kann es gar nicht wissen. So, und dann muss ich hinterher darüber sprechen, dass es in mir grummelt und ich muss das reparieren. Und dann kann ich sagen, ah, okay, das tut mir leid, das war gar nicht so gemeint. Wie hättest du es denn gerne stattdessen? Und dann kann man fürs nächste Mal das dann anders machen. Aber wirklich, das ist ganz individuell, weil jeder lebt ja so in seinem Universum. Also ich in meinem, du in deinem. Und die haben zwar Schnittmengen, aber trotzdem muss ich dich ja in deinem Universum verstehen lernen. Und da können manche Sachen total anders sein als in meinem. Und ich weiß es doch nicht von alleine. Und das ist bei Paaren so. Und deswegen finde ich es auch immer total schwierig, wenn Paare zu mir kommen, die schon 30 Jahre verheiratet sind und dann kommen, naja, eigentlich seit 29 Jahren geht es den Bach runter. Und dann gehen wir, oh, das ist ja ganz ehrlich, da ist jetzt auch nichts mehr zu wuppen. Also das ist jetzt einfach echt zu spät, wenn man so lange aneinander vorbeigenehmt hat und nie wirklich so richtig auf eine gute Art und Weise eine Kommunikation gefunden hat, wo man genau das rausfindet, was ist denn deine Art, die du von mir haben möchtest und umgekehrt. Weil das ist bei jedem Partner anders und deswegen muss man da einfach drüber reden. Also zum Beispiel, ich fände es total super, wenn mein Partner sagt, oh, mich stört das gar nicht, aber ich unterstütze dich gerne, aber für mich wäre das perfekt, aber man merkt, für dich nicht. Ich brauche diesen Nebensatz, ich unterstütze dich gerne oder so. Ja, ja, genau. Sonst finde ich mich nicht so bestätigt. Aber für mich würde es auch reichen, wenn er sagt, irgendwie stört mich nicht so. Deswegen, und du brauchst das, siehst du? Also schon haben wir wieder andere Herangehensweisen. Total, ja. Voll interessant. Und deswegen, oder auch jemand, der zum Beispiel ein Riesenthema hat mit dem Gewicht, für den wird wahrscheinlich, egal was der andere sagt, es wird alles ein Trigger sein, wenn es überhaupt nur um das Thema geht. Und deswegen ist das so, so, so individuell und da gibt es jetzt keinen Satz, den man ausführlich lernen kann, sondern tatsächlich etwas, was man individuell miteinander absprechen sollte. Und diese Art von Paarkommunikation, die ist ja so wichtig, das nicht zu vermeiden, sondern in dem Moment, wo es bei mir grummelt, muss ich darüber sprechen. Aber eben, ich muss es dann aber so rüberbringen, dass ich es dem anderen nicht irgendwie um die Ohren haue, in einem Vorwurf und so, ja, sondern wir setzen uns dann hin und ich sage es dann dem anderen, was für ein Eindruck es auf mich gemacht hat. Und dann können wir da was dran verändern. Weil Kritik hat noch keine Beziehung gerettet. Um auf das Thema Kritik zu kommen, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es ist, wenn ich selber irgendwas nicht an mir so gut finde. Aber was ist denn, wenn ich was anderes an dem Partner nicht so toll finde? Weil Menschen verändern sich ja auch in der Beziehung. Und sagen wir, jemand hat mir blond besser gefallen als brünett oder mit, oder die Hose ist zu eng oder sowas. Genau. Ja, das ist sehr, sehr tricky. Das ist tatsächlich sehr tricky. Dann könnte man das eben vorsichtig ansprechen und sagen, sieht auch gut aus, aber ich fand so und so noch schöner oder so in der Richtung. Also man sollte vorsichtig sein, das vielleicht eben zu negativ zu sagen, aber man kann es ja so ein bisschen durchs Nadelöhr dann anführen. Aber ist es dann authentisch? Weil die andere Person will ja auch irgendwie eine gewisse Selbstverwirklichung. Also das mit dem authentisch wird, also authentisch ist total wichtig, ne? Aber ich darf es ja trotzdem höflich formulieren und es ist trotzdem noch authentisch. Weil ich bringe ihr dann rüber, dass ich das vielleicht nicht so schön finde, aber es ist was anderes, ich sage, boah, die Hose sieht echt scheiße aus an dir. Oder ich sage, ich fand die blaue ein bisschen schöner, weil die ist mir zu eng. Ich finde, die sieht zu eng aus. Ja, also das ist irgendwie, der Inhalt ist trotzdem gleich, aber es ist einfach höflich und nicht abwertend rübergebracht. Weil abwertend ist halt grundsätzlich nicht schön. Stimmt es denn, dass für mich etwas verletzender wirkt, wenn es meine Partnerperson sagt, als wenn es jemand anderes irgendwie sagt, auf der Straße oder so? Ja, auf jeden Fall. Weil zu meinem Partner habe ich eine total andere emotionale Basis. Weil zu jemand anders ist irgendwie, boah, das kann dann auch verletzend sein, aber mein Partner ist ja quasi meine Quelle an Sicherheit. Weil Paare bilden ja quasi eben so ein Team, die sind so ein Zweierteam, wir gegen den Rest der Welt, so und auch so eine Verteidigungsbasis gegen den Rest der Welt. Und wenn auf einmal der dann was Verletzendes sagt, dann ist es natürlich für mich viel, viel schlimmer und geht eben an die Sicherheit, als wenn das jemand anders sagt. Weil dann hätte ich ja so gerne noch gerne, dass mein Partner mich da verteidigt oder mich in Schutz nimmt oder so. Und wenn mein Partner aber derjenige ist, der was gefährlich ist, sagt, wer soll mich denn dann in Schutz nehmen? Dann habe ich ja gar keinen mehr. Also das empfinden wir als viel, viel, viel schlimmer. Deswegen kann es sein, dass manche Menschen zum Beispiel auch zu Hause extrem empfindlich sind und sensibel und sonst was. Aber auf der Arbeit so die taften Nudeln, das geht total, ja, weil das geht echt um die emotionale Basis, die man miteinander hat. Wie wichtig ist es und wie kann man es überhaupt hinkriegen, dass man eine ehrliche Kritik äußert und gleichzeitig aber auch ernst gemeinte und notwendige Komplimente in der Beziehung stattfinden? Also das mit den Komplimenten ist wirklich etwas, was, da muss man sagen, do small things often. Also quasi man muss nicht, das ist von John Gottman übrigens, ist nicht von mir, einer größten amerikanischen Paartherapeuten und der hat recht, du musst nicht einmal die Woche einen fünfseitigen Liebesbrief schreiben, wenn Worte nicht deine Liebessprache sind. Aber vielleicht mal ein Mini-Post-it oder irgendwie eine Zuwendung, einfach mal wirklich nur einen Halbsatz oder drei Worte, das reicht. Aber dafür eben häufiger mal. Und vielleicht kann auch quasi ein Kompliment sein, dass du eben irgendwie ein Stückchen Schokolade dahin legst oder ein besonders schönes Herzchen auf den Kaffee machst oder so. Es müssen auch nicht unbedingt immer Worte sein, sondern Zuwendungen. Zuwendungen in irgendeiner Art und Weise. Worte werden schon von den meisten gerne genommen, aber ganz ehrlich, es gibt genügend Menschen, die wirklich Schwierigkeiten mit Worten haben. Die kriegen das einfach nicht raus. Deswegen, Komplimente klingt ja erstmal nach, ich sage etwas. Für manche ist es total schwierig. Wirklich. Die können das nicht, die haben das nicht gelernt. Das ist für die ein Riesenakt. Und da ist es auch so, dass man auch mal andere Liebesbekundungen, was ja auch Komplimente sind, auch mal annimmt, dass jemand was für dich tut oder ein Geschenk macht, was ja auch ein Gänseblümchen sein kann, und muss sich die Designer-Handtasche sein, dass man da dann auch sagt, hm, das ist auch ein Kompliment. Oder, oder, dass er einem zuhört. Oder eben, wenn ich sage, ach, da draußen, da ist ja eine Wolke, dann ist es so, sondern sagt, stimmt, ich glaube, das Wetter wird bald schlechter. Also quasi so, wenn ich dann halt eine Verbindungsanfrage stelle, die dann auch erhört wird und nicht irgendwie augenrollend weggegangen wird. Und das sind auch Komplimente, weil es ist ein Kompliment, dass der andere bei mir ist mit der Aufmerksamkeit. Und es müssen nicht unbedingt immer Worte sein. Gibt es denn langfristige Strategien, die du Paaren empfiehlst, um das Gefühl von Sicherheit und um das Thema Schönheit? zu fördern und erhalten zu lassen? Also eine Strategie ist tatsächlich Kommunikation. Und zwar Kommunikation im Sinne von, du könntest jeden Tag zehn Minuten zum Beispiel einplanen, dass du miteinander sprichst. Jeder fünf Minuten. Und das wird gar nicht unbedingt zu einem Dialog, sondern du darfst fünf Minuten sprechen und ich darf dann fünf Minuten sprechen. Und dabei geht es so, wie geht es mir gerade? Auch nicht unbedingt nur in der Beziehung, sondern vielleicht allgemein. Dann, wie geht es mir mit uns? Was finde ich gut? Was würde ich vielleicht anders haben wollen? Also quasi, dass man echt lernt, über Gefühle und Befindlichkeiten zu sprechen mit dem anderen. Und deswegen ist so eine Art Routine etwas, was Sicherheit gibt. Und auch in der Kommunikation. Weil wenn ich das jeden Tag mache, zehn Minuten, also quasi ja nur fünf pro Person, dann übe ich das. Und wenn der andere das auch macht, dann weiß ich, ah, ich habe morgen die Chance, da über etwas zu sprechen. und das ist das, was halt auch dann langfristig auch Sicherheit gibt, weil ich weiß, der andere wird mir zufahren wollen. Das heißt, in diesen fünf Minuten bin ich auch voll beim anderen und höre zu. Und das ist etwas, und der nimmt mich ernst. Und da zu wissen, ah, der nimmt mich ernst und denkt auch darüber nach dann und möchte vielleicht was verändern, das gibt echt Sicherheit. Man kann das aber auch, also sagen wir mal, einmal eben am Tag, zehn Minuten, man kann auch einmal die Woche eine Stunde oder eine halbe machen. Aber Hauptsache, man macht aus der Kommunikation eine Routine. Ich habe das auch in meinen, also Beziehungen, nicht nur Paarbeziehungen, sondern auch mit meiner Schwester zum Beispiel eingeführt. Das hilft total. Ach super. Weil es trennt sozusagen dieses Kopf zermatern über diese Beziehung in einen, oder isoliert das in so einem gewissen Zeitpunkt, damit ich mich nicht den ganzen Tag fragen muss, boah, sind wir noch befreundet, sind wir noch zusammen, mag die Person mich noch, sondern es ist nur in diesem Moment. Und da kann ich das äußern und da auch direkt wieder entheben oder enthebeln. Das ist total gut. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Und das sollte man auch einführen, sagen wir mal, wenn ich jetzt anfange zu daten, würde ich jetzt nicht dem Date ab Tag eins sagen, übrigens, ab morgen. Ich würde warten, na ja, das ist echt dann so, oh Gott, das könnte den vielleicht ein bisschen überfordern, also warte dann noch. Ich würde damit anfangen, wenn die ersten Störungen auftreten. Also wenn es so lange, weil wenn alles noch super ist und es sind noch keine Störungen und eigentlich gibt es da noch nicht großartig Themen, da noch nicht. Aber wenn das so langsam anfängt, dass da vielleicht irgendwie was grummelt und irgendwas nicht richtig funktioniert, ab dann. Das kann bei dem einen nach einem Monat tatsächlich sein und beim anderen vielleicht nach einem Jahr erst. Also, da würde ich jetzt nicht sofort, aber in dem Moment, wo Störungen da sind und Störung bedeutet, bei mir grummelt etwas und es geht von alleine nicht weg, da kann man langsam mal anfangen, sowas einzuführen. Und auch am Anfang, da muss man vielleicht auch noch nicht jeden Tag und auch noch nicht so lange am Anfang vielleicht mal sagen, machen wir mal einmal die Woche zehn Minuten. Und man kann sich dann langsam hochhangeln. Also ich würde jetzt nicht gleich sofort am Anfang an der Beziehung, hier, Stunde pro Woche oder jeden Tag, ein Viertel oder so, das wäre zu viel. Aber gerade in einer Langzeitbeziehung ist es echt notwendig, weil ja ein Dreiviertel der menschlichen Kommunikation ein gröles Missverständnis ist. Also, das habe ich mal in einer Coaching-Ausbildung gelernt. Ob das jetzt stimmt mit dem Dreiviertel, weiß ich auch nicht. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass ich höre ja etwas nach meiner eigenen Erfahrung und interpretiere das, was du gesagt hast. Das ist ja ein Fakt, das weiß man. Und wenn ich halt schlechte Erfahrungen habe, dann interpretiere ich deine Aussagen einfach mal anders, als wenn ich damit kein Thema habe. Und deswegen ist einfach, ist, kann man sagen, einfach mal viel der menschlichen Kommunikation, Paar-Kommunikation auch, ist ein Missverständnis und deswegen ist Kommunikation einfach wirklich zwingend notwendig. Ich höre oft, dass Leute einfach sagen, ja, Kommunikation kann ich total gut und ich bin super in der Kommunikation und dann erlebe ich die Leute und denke mir so, das ist aber nicht so. Und hast du auch das Gefühl, dass das sehr oft missverstanden wird, einfach nur sich selber ausdrücken zu können, ist nicht einfach Kommunikation. Absolut. Weil Kommunikation ist ja keine One-Way-Street. Also es gibt wirklich viele, die labern ohne Ende und erzählen über sich und eine andere sitzt da und ratzt schon fast weg. Das ist keine Kommunikation. Weil, wenn du dich mal fragst, was ist denn das Ziel von Kommunikation? Um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen oder? Ja, so kann man es auch sagen. Verbindung. Ziel von Kommunikation ist Verbindung. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit quasi nur rumlabere und ich dich da vollspullere, dann ist mein Ziel nicht Verbindung. Ich kannte tatsächlich mal einen, das war ganz schrecklich, da habe ich ein paar Mal getroffen, schon ganz lange her. Der hat wie ein Wasserfall geredet, wirklich. Ich habe quasi eigentlich gar nichts gesagt, nichts. Ich fand es so anstrengend, wirklich so anstrengend. Irgendwann hat er mir erzählt, das macht er immer, wenn er nervös ist irgendwie. Aber ich kannte den dann recht lange und auch mit seiner Freundin dann. Und ich muss sagen, das war eigentlich immer so. Ich habe den gar niemals anders erlebt. Und ich dachte, oh mein Gott, wie hält die das aus? Weil der war ja jetzt nicht dauernervös jahrelang. Aber das war schlimm, wirklich. Also du musst auf den anderen eingehen, sonst ist das keine Kommunikation. Sonst ist es ein Monolog. Jetzt frage ich mich natürlich, wie das für dich als Paartherapeutin in deiner eigenen Beziehung ist. Da würdest du ja die ganze Zeit die Arbeit machen, um diese Beziehung zu verbessern. Ist das so? Weil ich merke das auch oft in meinen Freundschaften oder bei mir, dass ich immer sofort merke, wenn irgendwas nicht passt, weil ich irgendwie so informiert bin. Wir haben so lange zusammen gearbeitet. Ich habe mir ein paar Sachen bei dir abgeschaut. Ich bin sofort so, das müssen wir ändern, weil das läuft irgendwie nicht. Und merke dann, dass ich total ausgelaugt bin davon. Ja, also sagen wir mal so, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite, manchmal natürlich schon, wenn ich bemerke, was das jetzt ist. Also ich habe zum Beispiel einen vermeidenden Bindungsziel und mein Freund hat einen vermeidenden Bindungsziel und wüssten wir das nicht, dann würden wir über gar nichts sprechen, sondern würden Konflikte vermeiden. Dadurch, dass wir das aber wissen, haben wir denn unsere Mittel und Wege gefunden, wie wir das halt doch hinkriegen. Das ist natürlich toll, weil das wüssten wir ohne dieses Wissen nicht. Und das ist schon mal total viel wert. Nichtsdestotrotz, egal ob ich Paartherapeutin bin oder nicht, werde ich durch bestimmte Dinge natürlich trotzdem getriggert, wo ich dann irgendwie voll in so meinen eigenen Film reinkomme und ich weiß dann zwar, wenn ich mich so ein bisschen von außen betrachte, oh, ich werde gerade getriggert, aber ich werde es halt trotzdem. Das heißt, irgendein Thema triggert mich, das heißt, ich komme sofort in eine mega Emotion rein und das kann ich nicht verhindern, auch wenn ich weiß, warum und was dahinter steckt. Und deswegen, also da sind wir Menschen schon so gepolt, dass wir sehr instinktive Wesen sind, die aus Erfahrung fühlen und handeln und denken und da ist es auch egal, wie viel du da wirklich drüber weißt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass das Wissen über viele Dinge wirklich Gold wert ist. Ganz ehrlich, wenn ich das alles nicht wüsste, dann wäre ich jetzt nicht in einer nicht-toxischen Beziehung. Das ist endlich mal eine, weil ich neigte früher zu Narzissten, muss ich mal gestehen, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und die habe ich dann auch irgendwann mal abgelegt und ich glaube, ohne dieses ganze Wissen darüber und auch ohne meine eigenen Muster zu hinterfragen, wäre es jetzt wahrscheinlich immer noch so. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Auch eine Paartherapeutin, die muss zuerst mal lernen, Beziehungen zu führen. Deswegen bin ich ja auch Paartherapeutin geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja schon recht lange her und damals dachte ich, das muss doch irgendwie zu lernen sein. Von alleine kriege ich es anscheinend nicht hin. Und ich sage dir, man kann es tatsächlich lernen. Man braucht das Wissen, weil von alleine wissen wir das nicht. Weil wenn du mal so guckst, die Natur, was brauchen denn die Natur, will, dass du dich fortpflanzt. Das war's. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Und das können wir tatsächlich von Natur aus. Also wenn zwei kleine Kinder auf einer einsamen Insel stranden, wüssten die, wenn sie aufwachsen, dann irgendwann von ganz alleine, wie sie sich fortpflanzen. Aber wie sie langfristig eine glückliche Beziehung führen können, das muss gelernt werden. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Birgit, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe das Gefühl, in der letzten Stunde ganz, ganz, ganz viel über mich selbst noch mal gelernt zu haben, obwohl ich das Gefühl hatte, ich wüsste alles. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel gebracht. Ich glaube, es hat auch sehr, sehr vielen anderen Leuten was gebracht. Wenn ihr mitbekommen wollt, worüber wir sonst noch in diesem Podcast sprechen, dann könnt ihr euch unsere anderen Folgen anschauen. Und damit ihr Bescheid wisst, wenn eine neue Folge rauskommt, könnt ihr einfach hier unten abonnieren und außerdem noch die Glocke aktivieren.